Endlich ist der Feiertag rum und es geht eigentlich so weiter, wie wir es besprochen haben, mehr oder weniger. Wir sehen hier noch die Zeichnung von gestern. Das Einzige, was ich hier verändert habe, diesen Kasten, die Länge, die habe ich hier nicht jetzt besonders berücksichtigt. Es ging mir um die Höhe. Ich habe den Kasten ein bisschen verlängert, aber ihr seht schon. Das ist quasi die Folge von gestern, von dem, was wir gesagt hatten, nämlich die letzte scharfe Bewegung ist nach unten. Wir haben gesagt, das, was wir aufwärts haben, das ist korrektiv. Ja, gut, so ist es nun mal. Und das letzte Zwischenhoch wäre eben ein Einstieg, sofern die Zwischenhochs so mehr oder weniger in dieser Kiste angekommen sind. Das sehen wir. Wir haben mehrere Zwischenhochs hier, die durchaus passend sind. Und dementsprechend das letzte Zwischenhoch, was wir im Moment hatten, das ist dieses hier. Das Tief dazwischen ist jenes hier. Das heißt, das wäre ein möglicher Trigger. Um zu erwarten, dass die Bewegung massiv nach unten geht. Wer es gesehen hat, wir haben es gestern, wie gesagt, angesprochen, der hat es vielleicht schon umgesetzt. So, und jetzt aber eine entscheidende oder nicht unspannende Frage. Ja, aber Rüdiger, wäre man da nicht vielleicht schon an der falschen Stelle irgendwo mal Short gegangen? Hier war doch, machen wir es mal anders, hier war doch auch schon ein Hoch. Wir gehen mal ein bisschen in der Zeit zurück. Also alles davor war völlig unkritisch. Also zum Beispiel diese beiden Hochs hier, das ist ja nie getriggert worden. Also später erst, da hatten wir aber ein neues Hoch. Also diese Situation. Aber ich kann mir vorstellen, dass manch einer gesagt hat, naja, aber Rüdiger, jetzt mal ehrlich. Hier hatten wir ein Hoch. Das vorherige Hoch war an dieser Stelle. Wäre man nicht hier schon Short gegangen? Ist das nicht realistisch? Also wer einfach nur an diesen Hochpunkten sich orientiert, ja, der wäre hier Short gegangen und wäre dann hier irgendwo auf dieser Höhe oder hier oben mit Stop versehen worden. Hier oben hätte man es überlebt. Wer den engeren Stop überlebt, das ist jetzt willkürlich, hat nichts mit der 38er hier zu tun. Das hat einfach mit der 78er sozusagen von diesem Hoch hier zu tun. Viele von euch kennen die Methode ja. Ansonsten merkt euch einfach dieses Hoch. Der wäre dann hier ausgestoppt und hat hier einen kleinen Verlust. Ich zeige euch aber, wie man sowas, sagen wir mal, eingrenzen kann. Nicht unbedingt immer vermeiden kann, aber wie man die Gefahr, bei zu kleinen Rücksetzern reinzukommen, vermeiden kann. Und da ist so ein Ansatz, ich gucke mal, dass ich so halbwegs diesen Trendkanal hier wieder finde, die Bewegung, die wir hier nach oben haben. Das ist, ich bin kein großer Freund von Trendkanälen, aber es hilft so ein bisschen, um so halbwegs zu klassifizieren. Ist das ein richtiges Tief, was man dafür nutzen sollte oder ist das eben ein etwas zu enges Tief? Jetzt haben wir es hier oben angelegt, da sehen wir, da sind wir unten allerdings überhaupt nirgends dran. Jetzt gucken wir mal hier mit der Marke, die wir ja jetzt eben gerade angesprochen hatten als Trendbruch. Das war entweder dieses Tief hier oder zur Not auch dieses Tief hier. Die sind beide, wenn wir das hier so halbwegs trendmäßig mal mitverfolgen, es muss jetzt nicht Millimeter genau sein, aber zumindest mal in der Nähe der Unterseite. Der ist ja gerade mal in der Mitte. Das ist einfach zu früh, das ist zu aggressiv. Also wir sagen selber dazu, das sind die aggressiven Einstiege. Wer also jetzt hier an der Stelle reingeht, man kann das machen, aber es ist ein durchaus aggressiver Einstieg, wo man damit rechnen muss, nochmal falsch zu liegen. Es hat den Vorteil, dass man natürlich relativ wenig Risiko hat. Also wer den engen Stopp wählt, hat nur so ein kleines Risiko hier für die Geschichte und ja eine relativ gute, weite Zielerwartung, denn ich sage mal, mindestens hier drunter sollte es ja gehen. Über die Ziele haben wir ja gestern schon gesprochen, wir haben es zumindest mal diese Marke hier schon erreicht und im Großen kann man natürlich gucken, ist sogar die Chance, dass wir sogar noch tiefer runtergehen, also dass es sich noch weiter fortsetzt. Die Chance ist gar nicht so schlecht. Wer also das Ganze hier genutzt hat und zwar nicht an dieser Stelle, wie gesagt, das ist etwas, immer wenn dieser für euch relevante Bruch so ziemlich in der Mitte dieses Trendkanals ist, ist das etwas, was wir als aggressiven Einstieg nehmen. Wir machen das persönlich nicht, das heißt zwar nicht, dass man da kein Geld mitverdient, denn die Chance-Risiko-Verhältnisse sind natürlich super, aber die Chance, dann doch nochmal einmal falsch ausgestoppt zu werden, die ist dann halt etwas größer. Das müsst ihr dann für euch entscheiden, wie ihr das wollt. Man muss es ja nicht immer machen, wie ich es mache, das ist nicht zwingend immer die beste Lösung, aber ihr seht, dieses Verfahren, wie gesagt, wir haben gestern darüber gesprochen, ist generell durchaus lukrativ und interessant. Das Gleiche sieht natürlich ziemlich ähnlich aus, wenn wir den S&P angucken, auch da hatten wir das, ich komme, ich mache es nochmal groß hier, da hatten wir das auch mit dem Trendkanal sogar schon so halbwegs drin. Wie gesagt, man muss beim Trendkanal das jetzt nicht millimetergenau sehen, aber wenn man zumindest mal so die Orientierung hat, letzte hoch, vorletzte hoch, der da zur Not, der hier, das wären alles, wie ich finde, sinnvoller Einstieg. Wir haben klare Hochs auf der Oberseite und wir sind zumindest mal in der Nähe, nicht jetzt auf der Hälfte oder weit oben. Das ist durchaus denkbar und die Bewegung eben zu erwarten, mindestens mal hier drunter mit Chancen sogar auf mehr. Und wer hier oben irgendwo eingestiegen ist an diesen Marken, der hat ja die Chance, einen Stopp nachzuziehen, vielleicht einen halben Stopp enger nachzuziehen. Dann könnte da zum Beispiel so ein Supertrend oder Parabolik, muss man sich überlegen, ob das im 5-Minuten-Chart angenehm ist, das immer hinterher zu ziehen, aber einfach um in der Nähe zu bleiben von der Marktsituation. Und die andere Hälfte lässt man ein bisschen mehr laufen, falls es richtig weit fällt, super. Und wenn er umdreht, man hat dann kein Risiko mehr. Das Wichtige aber, dass wir eben diese Rücksetzer korrektiv in dieser Zone eben haben, es ist ziemlich exakt so, wie wir es gestern ja angedeutet haben. Und wer jetzt sagt, Mensch, hier siehst du, das klappt ja immer super. Nein, ich kann euch jetzt schon sagen, es klappt überhaupt nicht immer super. Aber es klappt so gerne gut, dass man sagen kann, Mensch, das ist ein möglicher Handelsansatz, den man eben fahren kann. Wir finden diese Art und Weise zu handeln sehr gut, weil sie eben so klassisch die starke und die schwache Richtung voneinander unterscheidbar sind und dementsprechend dann eben was machen kann. Naja gut, kann man jetzt noch einsteigen? Also wenn ihr jetzt noch einsteigen wollt auf der Short-Seite, weil ihr es bisher verpasst habt, dann bitte wartet wieder auf irgendwie was Wackeliges nach oben. Dann hätte man sicherlich zumindest mal die Unterscheidung, ah, das ist noch schwächer als das. Fortsetzungen nach unten sind noch realistisch. Also wer da oben das verpasst hat, warum auch immer, vielleicht wird nicht drauf geguckt oder vielleicht jetzt das Video das erste Mal gesehen und gesagt, das wusste ich ja noch gar nicht. Natürlich ärgert euch nicht darüber. Einzelne Trades sind uninteressant für Trader. Es geht immer um die breite Masse. Das heißt, wenn ich das Prinzip einmal verstehe, kann ich und sollte ich das immer wieder anwenden. Bitte verfallt da nicht im Sinne von, oh, das wäre es jetzt gewesen, da hätte ich jetzt viel Geld. Einzelne Trades wissen wir alle nicht, wie die ausgehen. Also bitte jetzt nicht hyperventilieren im Sinne von, wie geil war das denn und er hat es gewusst. Naja, gewusst habe ich das auch nicht, aber es ist eben das typische Bild und deshalb ist die Nutzung dieser typischen Bilder ja durchaus sinnvoll. Ja, gucken wir mal auf den DAX. Wie sieht das da aus? Der ist noch relativ zurückhaltend, was das angeht. Und da können wir auch mal eben vergleichen, könnte man das da nicht genauso handeln. Wir hatten das gestern sogar so gesprochen. Starke Bewegung und die Bewegung nach oben mit vielen, 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 vielen Gegenbewegungen. Also korrektiv. Was man hier allerdings noch mal gucken sollte ist, wie hoch ist denn der Rückläufer? Gucken wir mal vom höchsten Punkt zum tiefsten. Das spielt eigentlich nicht die große Rolle, die sind ähnlich hoch. Ihr erinnert euch, die Box ist immer so 38,20 bis 61,8. Wir sind schon drüber hinaus, aber für mich ist noch mal wichtig, ich möchte auf keinen Fall, dass der Kurs da drüber geht. Das ist etwas, da sagen wir, das ist die letzte Verteidigungsmarke, die 78,6er Fibomarke. Wenn er da drüber geht, ist für mich zumindest mal nach dieser Fasson Schub in die eine, wackelig in die andere, die Kuh vom Eis, dann ist die Gegenbewegung mir zu stark. Noch ist es also möglich, wenn wir dieser Logik weiter folgen wollen, letzte hoch, vorletzte hoch, das Tief dazwischen ist hier. Das sieht man jetzt wegen der blauen Box nicht, die machen wir mal schnell weg. Da an der Stelle beim DAX Future wäre das 12.753. Das ist keine Aufforderung an euch, das müsst ihr jetzt so handeln. Es ist aber eine Aufforderung, mindestens mal drauf zu gucken, damit ihr solche Situationen wahrnehmt und es vielleicht zukünftig einfacher habt. Ähnlich haben wir es hier sogar noch auf einer kleineren Zeitebene, das erspare ich euch aber jetzt, das könnt ihr selber vielleicht nochmal nachgucken. Auch hier sieht es sehr nach der Short-Richtung eben aus, ist nicht ganz so schön von der Symmetrie, aber ihr seht, die Logik scharfe Richtung und die schwache Richtung in die andere ist hier gegeben und getriggert sind wir gerade. Also der DAX macht den Eindruck, als ob er tatsächlich in das gleiche Horn stoßen will und hier realistische Chancen hat, sich noch weiter nach unten fortzusetzen. Wundern würde mich das zumindest mal nicht an dieser Stelle. So, also bärisch sehen die Märkte aktuell aus. Das muss natürlich nicht für immer sein, deshalb ist es gut, wenn ihr im Zweifelsfall den Stopp dann auch irgendwann nachzieht. Trailing Stopp ist das Stichwort. Wenn ihr erste Zielgrößen erreicht habt, vielleicht in der Nähe des Einstiegs, dann habt ihr das Risiko reduziert oder eine Teilgewinnmitnahme. Das ist aber ein anderes Thema, soll jetzt hier am Index-Update am Nachmittag nicht unbedingt eine große Rolle spielen. Es geht mir jetzt darum, dass ich euch so ein bisschen so die Richtungsidee mitgebe, in welche Richtung wahrscheinlich der Markt gerade tickt und ich muss sagen, das sieht sehr negativ aus. Wann würde sich das ändern? Hier würde ich da gar nicht so sehr drauf gucken. Ich wechsle nochmal auf den amerikanischen Markt. Hier der Dow Jones Future nochmal. Das ist allerdings bei den Amerikanern jetzt einhellig so. Ich würde mich dann nicht mehr wohlfühlen auf der Short-Seite, wenn er eine starke Aufwärtsbewegung nach oben hat, danach eine wackelige Bewegung nach unten hat und an der Stelle triggert. Also, das heißt, das wäre ja auf jeden Fall eh ein Long-Signal. Das heißt, man würde dann wieder auf die Long-Seite wechseln und wenn es auf die Long-Seite wechselt, dann brauche ich ja keine Shorts mehr. Je länger diese hier ist, diese Seite, desto länger wird auch der hintere sein und desto eher werden wir wieder in diese Gefahr kommen, da reinzulaufen. Also, ihr seht, wenn das hier im ganz Kleinen passiert, dann stört es mich noch nicht, weil das ist ein Dreiweller. Und wenn der dann hier triggert, habe ich sogar nochmal eine Chance, wieder neu zu shorten. Das heißt, selbst wenn ich hier zwischendurch einen kleinen Long mitnehme, kann ich entweder den kleinen Gewinn mitnehmen, vielleicht sogar laufen lassen, wenn der Kurs aber hier weiter runterfällt, dann schließe ich. Spätestens dann würde geschlossen und dann würde man auf die Abwärtsseite weiter, denn das ist dann eine ABC. Und wir erinnern uns, wackelig oder dreiwellig ist das klassische Zeichen einer Gegenbewegung dementsprechend nicht mehr nutzbar. Also achtet ein bisschen drauf, solange alles, was wir an Gegenbewegung, also an Aufwärtsbewegung haben, möglichst dreiwellig oder wackelig ist, ist die Welt für die Shorties noch in Ordnung. Das kann man im Kleinen wie im Großen sehen oder vielleicht sogar im klitzekleinen, wer im Minutenschart unterwegs sein will. Das sind so kleine Indikationen, was der Markt davor hat. Solange es wackelig nach oben ist, bleibt die Abwärtsrichtung Trumpf. Erst wenn wir Schübe nach oben haben, wackelig nach unten, da müssen wir vorläufig zumindest mal mit der Gegenrichtung rechnen. Und wer da nicht seinen Stop einfach drin lassen möchte, der sollte dann vielleicht einen Zwischenlong mitnehmen oder die Position einfach schließen. und dann später gegebenenfalls wieder aufbauen, wenn er dann auf die Abwärtsseite wieder triggert. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und toi, toi, toi an den Märkten natürlich sowieso.